So, hier sind wir. Von einem Gehmer hat es am anderen geschließen. Da ist noch einmal einer. Überall siehst du nur noch ganz viel Leute. Aber man merkt schon, es hat sich nicht viel verändert. Das ist ja gerade das Schöne dran in der Mozartstadt. Da schaut es mal her. Die Gewandchefin hat schon wieder etwas entdeckt. Und zwar. Schaut es mal. Patati. Patati. Das ist eine Brise. So läuft es. Gehen wir ein bisschen bummen durch die Getreidegesse und die Seitenstraßen. Die Lieblings. Sehr schön. Ohne uns und zweiten Mozart sind wir zwei jetzt unterwegs. Und was macht ein Gewandtaxi? Die geht natürlich Gewandschauen. Schauen wir mal. Was hast du denn gefunden? Schauen wir mal, was es gibt. Aber das ist alles so 70er Jahre im Mögenstil. Das gefällt uns nicht. Das passt nicht zu den Hexen. Aber wir haben eh schon geredet über eine neue Gewandung für die Frau Tamuti. Lasst euch mal überraschen. Sie gondelt nicht rein. Gehen wir wieder raus. Schauen wir mal. Ich hätte gesagt, ich schicke euch jetzt mal schöne Grüße. Und lasst es euch gut gehen. Gut. Gut. Gut.